Was ist mit dem Licht? Oh, entschuldige Pummo, klar wird die aufgemacht. Ja. Ja, das tut mir vielleicht, aber nicht was. Und lustig, hm? Ja. Ja, ja. Und immer wenn du aus der Wirtschaft kommst, ist hier das reinste Tobu-Lawohu. Und immer wenn es sehr lustig ist, hab ich nicht mit, ja. Na, pass auf, falls du was mal ausgemacht haben. Was denn? Am nächsten Samstag kommt der Stammtisch zu uns. Was ist das schon, wenn ein Tisch zu uns kommt? Ach, nicht der Tisch. Ein Tisch haben wir selber. Die Stammtisch-Brüder kommen zu uns. Was? Hast du Brüder? Ach, nicht Brüder, die um den Stammtisch rum sitzen. Die nimmt mir Stammtisch-Brüder. Ach, und die kommen zu uns? Die kommen zu uns und dann tun wir ein bissel feiern und sind lustig und singen wir ein bissel. Und wenn du brav bist und nicht stößt, dann darfst du mal dabei sein. Und die singen und pfeifen? Ja, ja, das werden wir dann schon sehen. Also Gwogel, Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Puh, Muckel wäre der Name. Licht aus! Was ist los? Licht aus. Ah, Entschuldige, ja. Dios, 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 Dios. Ist dir afeinand. He, he. Bis zum nächsten Mal.